Hey, meine Rabauk, in der heutigen Episode müssen wir Millionär werden. Auf dem Weg zur Million werden uns verschiedene Challenges gestellt, die wir absolvieren müssen, erfolgreich, um besondere Millionär-Tools zu bekommen. Werkzeuge, Waffen, Rüstung, alles dabei. Mit dabei ist Osmo Lenski. Moin-Ski! Hallöchen! So, am Anfang, es wird später noch weitere Methoden geben, aber am Anfang kann man Geld verdienen, indem man Blöcke abbaut, wie beispielsweise Steinblöcke. Okay, das heißt, ich würde mal sagen, wir suchen uns hier eine, ne, warte, ein bisschen Holz brauchen wir natürlich für den Anfang, ne, weil damit immer eine Bergwahl machen können und so. Was auch immer kräftig hilft, sind 5 Likes pro Person. Jeder von euch muss sich jetzt 5, verkauft mal 5 Mal Liken. Auf, er. Ich habe eine Höhle, eine ziemlich gute sogar. Hey, Lina. Geil, dass wir uns 10 Sekunden nach, statt der Aufnahme, direkt getrennt haben. Wir haben 90, 120. Ich dachte, das ist ein Battle. Ach so, haben wir keinen, haben wir einen getrennten Geldbetrag? Warte, sag. Ne, wir haben zusammen. Echt? Mach mal. Und hier, mach du. Ja. Ah, okay. 300 geht's. Wie viel gibt Kupfer? Warte mal kurz, lass mal vergleichen. Ruhe kurz bitte. Ruhe. 40, 60. Okay, das heißt, 5, 10 gibt Stein. So, jetzt mach ich mal kurz eine Steinspitzhacke, bau Kupfer ab und dann gucken wir mal, wie viel Kupfer gibt und ob das mehr gibt. Aber ich wette, das gibt mehr. 15. Guck mal mal. Das müsste jetzt 5. Ja, Kupfer gibt nur 100, Lina. Ne, mehr sogar. Ne, mehr. MrBeast hat ein Giveaway gehostet und du hast 2000 Dollar gewonnen, dein MrBeast-Gewinnspiel. Geil. Das ist ganz nach meinem Geschmack, MrBeast, ey. Okay, das heißt, je wertvoller die Erze oder so, ne, je wertvoller das Material ist, desto schneller Cash verdienen wir. Später können wir noch die Challenge, also das freischalten, dass wir auch Geld verdienen mit Hilfe von Mobos, ne. Ich denke, bei dieser Challenge hier ist eine Eisenspitze. Was geile Spitzhacke. Debit Card Pick Given. Ich hab ne Kreditkartenspitzhacke. Oh mein Gott, wie cool. Ich hab auch eine. Das sind drei Kreditkarten. Was kann die? More Dollars. Okay, lass vergleichen, warte. Wie viel war das? 25 mit nem Stein, ne. Aber wir haben jetzt 5000 Dollar schon, ne. Mega viel. Ja, man kriegt, glaube ich, mehr. Man kriegt mehr, Lina. Das boostet das Geld. Ey, diese... Ist dir aber auch gewartet, dass diese XP, die da rauskommen, Dollar sind? Nee. Das ist übergeil. Oh ja. Okay, okay, okay. Wir brauchen aber trotzdem auch... Wenn wir jetzt natürlich die Kredite... Double or nothing? Ah! Entweder wir verdoppeln oder verlieren alles, Lina. Ich drück, okay? Entweder gehen wir auf 22.000 Euro oder auf 0. Was? Okay, drück... Wir sind auf 0. Wir haben alles verloren. Hast du Double gemacht? Ja, aber die Wahrscheinlichkeit war doch da. Ja, Lina, das ist ein Glücksspiel. Du kannst doch nicht einfach dir aussuchen, ob du alles verlieren willst oder ob du... Ach, nein. Nein. Ja, nee, ich hab das... Möchten Sie alles verlieren oder möchten Sie verdoppeln? Nein, ich dachte, das wäre so ein Fangfragen, Lina. Heute geht es immer alles verlieren. Ich finde, wir haben das Haus so hoch verlieren. Das wäre so ein Fangfragen. Wollen Sie mein Auto auch noch? Nee, das war ein Glücksspiel, Lina. Und ich habe da komplett reingekackt, ey. Ja, schade, Ben. Hätte es mal nicht drücken sollen. Egal, wir haben die Spitzsack haben, sie uns aber nicht gefändet. Ich meine, du konntest ja aussuchen zwischen drücken und nicht drücken. Ach so, nee, da drückt man doch. Nein, da drückt man nicht. Dürfen wir jetzt noch mal drücken? Niemal. Wann kam das? Bei 10K? Nee, noch mal drückt man nicht. Warte, kann ich noch mal drücken? Oh. Hast du ge... Wir haben wieder alles verloren, ich bin so gebrochen. Schade. Ja, aber man kann immer wieder drücken, oder was? Ich hab doch gesagt, man soll nicht drücken. Nee, nee, alle guten Dinge sind drei, Lina. Ich drück da gleich noch mal drücken. Ja, aber jetzt haben wir doch nichts zum Verdoppeln. Ja, wenn wir 10K haben, natürlich. Singest du, bohst du. Ja, okay, dann verlieren wir 10K, cool. Und jetzt haben wir insgesamt 30.000 verloren. Nee, das muss doch aber auch mal klappen. Ich drück jetzt. Wichtig! Ich drück nie wieder. Okay. Sind wir jetzt mit... Nee, wir sind dann immer noch im Minus, ne? Aber ist egal. Manchmal muss man auch Minus kaufen. Warum sind wir im Minus? Ja, weil wir haben zweimal 10.000 verloren und einmal 10.000 gewonnen. Schade. Boah, ich hab ne Mega-Höhle gefunden. Ja, meine Höhle ist richtig kacke, Alter. Ich glaub, ich komm mal zu dir. Ey, wir haben die Mobs freigeschaltet. Wir kriegen jetzt auch von Mobs Geld. Warte, mach mal nichts. Mach mal nichts. Oh, es ist explodiert, der Atze. Okay. Ich kann es wieder kurz abbauen. Ich muss einen Mob suchen. Nina hier mit ihrer Kreditkartenspitzak hat die eine super Höhle freigeschaltet. Geh mal hier runter. Haben wir hier einen Mob. Ihr musst... Ah, okay. Hier sind Mobs. Wir haben nichts gemacht, bitte. Nichts machen. Ja. Was ist das? Ein nerviger Creeper. Ja, okay, wir kriegen Geld. Aber wenig, oder? Warte mal, 32.000? Jetzt killen wir den, sagen wir mal. Ja, es lohnt sich ja vorne und hinten nicht. Das ist ja für Beschmuh hier. Das ist für Beschmuh. Geld hin oder her. Ich denke, es wäre nicht doof, sich mal in Eisenrüstung ein Schild zu machen. Weil hier sind wirklich eine Menge Nervensegen. Na, sicher. Werkbank habe ich hier. Ein Öfen. Den mache ich hier natürlich auch noch. Zack, zack, zack. Äh. Äh. Blöde Skelett, Dings. Äh. Ich bin gleich tot. Nein, hier unten ist... Nein, wenn ich sterbe, 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 sterbe. Ich bin noch runtergefahren. Ihr Schweine habt die Lina geküllt. Ich bringe euch um. Dann schnappen wir uns mal das ganze Eisen und craften uns damit... Ist das ein Oktoberierter? Sieben, Elina. Sieben. Weiß ich nicht, was du dir dabei gedacht hast. Wir müssen weiter Geld verdienen, Elina, um das nächste Event freizuschalten und am Ende die eine Million zu haben. Da geht es irgendwie... Ich bin am Start. Let's go. Da geht es ja nicht voran irgendwie. Mann, ich muss auch mal eine Eisenachse craften. Das geht hier auch alles nicht voran, ey. Ich mache mal kurz eine Eisenachse, während die Lina hier dick am Schuppen ist, ey. Ähm. Verdammt, ich habe ja gar kein Eisen mehr. Was ist denn jetzt los? Verdeck mich mit Schrott. Du hast einen Anzug bekommen. Ja, ich habe eine Millionärsrüstung. Guck mal. Du bist mega reich. Ich habe das auch bekommen. Ich habe eine Millionärsrüstung. Ich habe es irgendwie nur teilweise bekommen. Ich glaube, ich habe es irgendwo verloren. Kann sein, weil es so ein Mentalfolber vielleicht... Ich meine, jetzt habe ich diese ganzen Eisensachen, habe aber selbst gar keinen... Wo ist denn die ganze Kohle hin, Elina? Hier war doch stackweise Kohle drin. Habe ich alles genommen. Ja, dann packen sie das mal wieder rein, ey, hier, du... Boah, Elina, wollen wir jetzt mal verdoppeln drücken? Nee, 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 nee. Nee, äh, nee, 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 nee. Verlier mal dann alles, sagst du? Jupp. Könntest du natürlich recht haben. Wahrscheinlich hast du dann recht. Okay, dann lasst uns weiter Geld verdienen und bis zum nächsten Event spielen. Wir müssen gleich weiter runter, um wertvollere Blöcke zu kriegen. Lab's Blöcke, Red's Blöcke, Diablöcke, sehr wertvoll. Die Höhle ist halt zwar sehr geil, aber noch sehr hoch, nee. Warum gehen wir wohl da runter? Weißt du, so ein Never Dicks Straight Down bringt's? Nee, Never Dicks Straight Down, habe ich gemerkt, bringt gar nichts. Weil Steine nicht so viel geben, ne? Oh Gott. Ja, komm, explodier. Und vor allem kommt dann irgendwann mal dieser Tiefenschieferkram. Ah, aber die geben mehr Geld doch auch bestimmt, oder? Ja, aber das braucht so lange. Mit der OP Kreditkartenspitzart gewaltig. Dauert das trotzdem lange, ja. Echt? Das ist ja kacke, ey. Quare zum Nether könnte auch eine Option sein. Gibt ja zumindest viele Level, weißt du? Also ich finde, ich mache am meisten Kohle einfach nur mit Steinen abbauen, ganz ehrlich. Echt jetzt? Ja. Wenn man so schnell abbaut, ne? Ja. Ja, dann ist es ja doch Never Dicks Straight Down. Ja, aber irgendwann mal kommt der Tiefenschiefer, dann ist wieder scheiße. Bei 100.000 kommt safe das nächste Event, Elina. Wir nähern uns mit großen Schritten. 91.000 haben wir 10% der Millionen verdient. Pass auf, dass dein Inventar nicht voll ist. Ist doch egal, ich will das ja eh nicht haben. Oder? Gibt's dann kein Geld? Ich kann ein Leuchttes kriegen jetzt, da gibt's doch safe vieles Geld. Dann gibt's Geld, aber das, vielleicht bekommst du dann Special Item und nachher hängt das so ganz viele Steine. Ach, das meinst du dann, okay, kannst du sagen. Schmeiß ich alles weg, den Müll. 98.000. Ich kurz auch, ich kurz auch, ich muss kurz wegschmeißen. 99.000. Und 100.000. Oh mein Gott, bei mir ist hier so einer. Rich Man ist erschienen. Er schießt mich an. Warte, 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 ich komme. Nee, wir haben 190.000. Er schießt mich an. Ich will kill ihn doch. Rich Man. Wir haben ein Glücksrad bekommen. Ein Glücksrad. Hast du's? Ich hab seine Kanone, die Money kennen. Ich hab seinen Glücksrad nicht. Money! Liegt da Geld jetzt? Nee. Glücksrad. Nee. Red 100.000. Blue? Kein Effekt. Lila 20.000. Grün 200.000. Aber wie, wie, äh, sicher, dass du's nicht hast? Ich hab's nicht. Ich hab's auch nicht. Ich glaub, das hat sich gedreht. Und wir haben's nicht mitbekommen. Nee. Oder? Da steht ja 4-2-Wheel-Given. Ja, aber guck mal, wir haben 480.000. Genau die Sud-Given. Wo sollen das alles gerade hergekommen sein? Ich hab's doch, Elina. Ich weiß nicht, ob ich's übersehen hatte, ob ich's irgendwie jetzt doch erst ins Inventar bekommen hab. Mit deinem fetten Monogel, das nützt dir auch nix. Grün, Elina. Drück die Daumen für grün. Grün oder rot? Grün! Grün! Welche Seite ist richtig? Dreh die Butze. Grün, grün. Rot 100k. Was? Minus 100k steht da. Kann ich nochmal drehen? Oh, Elina, weiß ich nicht. Lila 20k gewonnen. 20.000 gewonnen. Ja, aber oben unser Betrag ändert sich halt gar nicht, ne? Ist irgendwie... Doch, klar. Ah, 20k haben wir dazu bekommen. 400... So, warte, lass gucken. 461,5. Oh! Der Haupt gewinnt! 200.000. Oh nein, hier sind Coins, hier sind Coins, wir müssen Coins finden. Jeder Coin ist 20.000 wert, steht da, ne? Scheiße. Ey, hier sind keine Coins, hier sind keine Coins. Aber der ist bestimmt an der Oberfläche oder so. Oh, scheiße, scheiße, ey. Scheiße, kakaise. Die Oberfläche, schnell! Wir haben 750.000 und haben das Geldschwert bekommen. Ich hab's nicht bekommen. Ich hab's, ich hab's. Kostet Geld, wenn du's benutzt. Oh, das muss krass schwer sein. Mann, ich krab mich jetzt hier nochmal hoch, ey. Da oben, da oben sind wir, da oben sind wir. Von den Coins, das war ein Minispiel, haben wir nix bekommen, ey. Waren wir nicht schnell genug. Das ist nicht schlimm. Oh, man ist schnell. Man ist schnell. Moin, Elina. Okay, Swan hittet. Aber wie teuer ist das? Wie viel kostet ein Schlag? Fast nix, oder? Warte, ich hab grad was abgebaut. Wir bauen mal nix ab. Was, wenn du mich schlägst? Ich weiß nicht, ob das Swan hittet. Das ist schon stark. Dahin. Ne, wie, hör doch mal auf abzug... Ach so, ich krieg ja 5.000, wenn ich Mops kille. Ja, es kostet... Ich hab ja echt gesagt, keine Ahnung, wie es kostet. Weil ich krieg ja auch Geld, wenn ich Mops töte. Du hast 89.000 und 5.000 kriegst du. Ja. Jetzt hast du 911. Kill mal ein. 919. Jetzt hat der Front mit hinten nicht hin. Tja, naja. So. Haben wir gleich eine Million? Ey, wir haben gleich sowas von eine Million, Elina. Ich mach's in meinen Taf, frag ich was nicht, was da passiert. Gleich haben wir's, Elina. Gleich sind wir rich. Da hinten sind noch... Ich kümmere mich um die Mobbos, du um die Steinos. Steinos. Bei 5K pro... Ich krieg aber auch mehr als 5K. Das hat irgendwie nicht... Victory. Das ging schnell. Die haben ja wie übelst Cash-It's machen. Ich hab ja auch die Money Gun gar nicht probiert. Wie stark ist eigentlich die, Leute? Stimmt, ich hab hier zwei Creeper. Oh, die ist... Ne, die kann ja gar nichts, Elina. Aber man kann sie spammen. Elina, wie viel Schüsse der Money Gun hältst du aus? Warte, erstmal testen, ob sie überhaupt Schaden macht. Ja. Wenn du die genaue Anzahl errätst, gibt's ein Tesla auf meinen. Aber ich brauch was zu essen, damit ich voll geheilt bin. Ja, 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 ja. Elina, wieder nur am Hunger haben. Ich glaube, ich brauche zwölf. Zwölf, okay. Let's go. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zehn. Du hast zweimal nicht gewählt. Mann, das war viel mehr, so eine dumme Kacke. Das war 40 Mal oder so, ey. Tja, schade, ne? Aber was ich natürlich da nicht verraten hab, jetzt musst du mir einen Tesla geben. Haha, okay. Oder ich knall dich mit der Money Gun ab. Ich hoffe sehr, euch hat Wer wird Millionär in Minecraft gefallen. Lasst eine positive Bewerbung da, ein Abonnementestens. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Monokel Benson. Ciao. Ciao. Ciao.